Mann, 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 Mann! Wo bleibt die denn jetzt wieder? Zwei Uhr, hatten wir gesagt. Schon wieder richtig Bock auf die ganze Aktion. Seit 2000 Jahren, jedes Jahr dieselbe Scheiße jetzt. Kannst du hier den König spielen und ach komm. Mann! Melchi ist auch schon wieder nicht da. Na endlich! Wart ihr schon seit über einer halben Stunde? Ja, ist doch so. Die ganzen Plunder da schon über See. Hier hatten wir Wallrauch und Müller und das war's jetzt. Die ganzen Krempel hier. Was ist das denn jetzt schon wieder hier für Zeug? Ja, was? Ein Jahr gefriemeln oder was? Hm? Ja. Schlimmer wird der Tag dann aber auch nicht mehr, oder? Hier, halt das Mann. Und die auch. Mann, 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 Mann. Ich hier wieder blieb. Ich bin doch kein Friseur. Also, jetzt mal im Ernst. Also, nee, ey. Es geht nicht. Ich krieg's hier einfach nicht mehr. Auah! Ja, auah, auah. Musst du jetzt auch mal. So. Kannst du nicht einen ganz normalen Helm tragen so wie ich hoch? Ja, ja, ja. Das wird ja nun wirklich, ey. Echt. Echt. Echt Kaffee-Ofen, ey. Ich wollte dieses Jahr zur WM nach Katar. Jetzt sitze ich wieder hier. Kann ich dich nachher wieder mit dem Schlitten bis nach Bethlehem ziehen? Das ist doch... Ja, es ist doch wahr. Es ist doch wahr. Meine Güte. Oh, mein Güte. Oh, mein Güte. Oh, mein Güte. Wird nicht so... Ach Gott, jetzt dreht die wieder durch hier. Wie soll denn das hier schon wieder funktionieren? Kann ich das schon wieder sehen? Versteht kein Mensch. Wie lange dauert das jetzt? Eine Stunde, zwei Stunden oder was? Wenn ich schon wieder dran denke, diese... Beklopten Sternsinger, die uns immer nachäffen jedes Jahr. Ja? Ja? Josef! Ach du bist! Was? Wo seid ihr? Bethlehem! Ach, seid ihr schon da? Okay. Ihr findet keine Herberge? Ja, ist ja auch jedes Jahr dasselbe, ne? Ja, weiß ich nicht, ich kann euch noch was raussuchen vielleicht? Ferien auf dem Bauernhof oder so? Wird vielleicht passen, ne? Könnt ihr im Stall übernachten. Und sonst? Mit Maria alles gut? Und dann das kleine? Ach, wird erst geboren, ja. Ja, bis dann, tschüss, küs, ne? So, jetzt endlich fertig hier. Ja, das hat sich ja richtig gelohnt. Die paar Löckchen, ne? Ich mein, da hab ich ja noch mehr hier unter meiner Haube. Ja, ja. Ach komm. So, jetzt. Mal stillhalten jetzt hier, sonst passt der Heiligenschein wieder nicht. So. So. Wird doch. Ich hasse Einpackungen. Ja, gib schon hier. Einpackungen. Schere. 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 Oh ja, nicht, dass mir hier... Also, als ich hier gehe, beim Kontakten sag ich nicht immer gleich. So. Ein bisschen rum. Die Sonne schüttelt. Er bittelt es einfach einmal rum. Ist weg hier. Erst ist es fertig. Hm? Hm? Was ist das denn? Ach. Ist ja bewehrs. Oh. Ist mein Ernst. Ah. Ja, guck, leg's hier rein. Ich pack's rein. So. Ah. Scheiße. Ah. 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 Stimmt, ich sehe immer noch so gute Laune haben. Ah. 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 Ah, Ah. Ah. Ah, es ist so gut da. Was sollen wir denn so auf Kleinräte Betrieben? Ah, ich hab's... Ah, ich hab's mirical! Soll man überhaupt nicht mehr verwenden. Ah, ich hab's doch fröh. See da auch schon mal Zeitungen, also... przyם, er ist dr Berlin,... Also... Wie ich hab'sine... Ja, tam fixiert halt, ne... Das reicht aber auch! Was ist das? Ich habe schon eine ausgetrunken, die Flasche hier. Ja gut, hier ist noch ein Weihnachtsding, aber wir müssen noch gucken, dass wir für nächstes Jahr was haben. Und nicht so rumknuddeln, die kann man ja alle auch nochmal wiederverwenden. Ein bisschen Körper einpacken, nicht immer so großzügig. Papier ist steuer und belastet die Umwelt. Ruhig ein bisschen fixern, denn wir sehen hier einen Oregano-Kurs. Ich weiß noch gar nicht, was Maria und Josef hier mit dem ganzen Zeug machen. So, hier ist noch deine Flasche. Dann kannst du mal losgehen hier. So, die Schinkel auf hier auf den Schlitten. So, jetzt sind wir wieder in der Packerei. Was haben wir noch gedacht? WALTI! WALTI! Das ist doch... Das ist doch... Es gibt doch hier moderne Dienstleister für sowas. Warum müssen wir jetzt hier... Also ich... Nee... Komm... Ich... Ich bin raus! Komm... Die scheiß Palme, die lassen wir jetzt hier, ey. Ich bin auch kein Mensch. Wir müssen jetzt ja auch nicht noch Bäume mitnehmen. Aber ich... So... So... Oh... 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 Untertitelung des ZDF, 2020